Das ist ein Haus, in dem niemand leben sollte. Die Alte, die vorhin hier gelebt hat, war irre. Würde mich nicht wundern, wenn bei der einer ein bisschen nachgeholfen hat. Sie war meine Tante. Ein richtiges Goldstück. Roger Cobb lebt jetzt in diesem Haus. Allein. Daddy! Aber niemand ist in diesem Haus jemals allein. Dieses Haus weiß alles über dich. Du musst dieses Haus verlassen. Nein! Jahrelang hat es auf ihn gewartet. Hi. Sandy. Jetzt ist es soweit. Seien Sie gewarnt. In diesem Haus ist alles möglich. Das Haus. Betreten auf eigene Gefahr. Auf Wiedersehen. Was für Sie.